Wenn wir so rein sprechen, 1-2-3, 1-2-3, hey, hey, hey. 1-2-3, 1-2-3, hey, hey, hey. Bin ich ein bisschen kleiner. Ja, vor allem, weil dein Mikro da ist und du 1-2-3, 1-2-3, hey, hey, hey. 1-2-3, 1-2-3, hey, hey, hey. Okay, ist genauso wie bei dir. Scheiße. Okay. Ich bin so ein Mikroopfer, ne? Ein Mikroopfer. Ich bin Mikroopfer. Ich bin Influencerin und Mikroopfer. Ja, echt, ey, voll. Wobei man jetzt sagen muss, das einzige Opfer bin eigentlich ich hier. Und deswegen, lass mal reden. Treffen wir uns heute nochmal. Genau, müssen wir nochmal sprechen. Wir kommen gerade von der Autobahn. Ja. Nach fünf Stunden Autofahrt, wir sind richtig gut gelaufen. Nein, sind wir wirklich. Ich finde, wir haben uns überhaupt nicht angezickt. Das waren wirklich entspannte Tage. Wir haben vor allem, vor allem haben wir fest, wir waren in Berlin. Wir erzählen vielleicht gleich noch ein bisschen, was wir da so gemacht haben. Aber das auch. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, seht ihr das. Mit groß, mit Hochgenuss. Ein Hochgenuss ist das, uns da zu folgen. Was ich aber erzählen wollte ist, dass wir auf der Fahrt, du hast mich in die dick und doof Ära eingeführt. Und wir haben erstmal festgestellt, dass wir bei, wir haben die neue Folge, die aktuelle Folge, da sind sie, wir sitzen jetzt gerade wieder im Studio nebeneinander. Heute übrigens in meinem kleinen, schönen Musikstudio. Wir können gleich mal so einen kurzen Schreck machen. Hier entstehen Hits, 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 Hysterie. Ich kann ihr auch mal einen kleinen Einblick geben. Hier zum Beispiel, da nehmen wir dann so auf und da steht, ein Hit macht alles fit. Ich zoome da jetzt mal rein. Dazu später mehr, wenn mein Album irgendwann rauskommt. Jetzt wird Jana wieder zu sehen sein, hoffentlich in voller Pracht. Und das ist auch heute das Thema. Denn du bekommst immer Nachrichten. Ich habe es unter der aktuellen YouTube-Folge, also der letzten von uns, gelesen, dass jemand geschrieben hat, ey, das ist ja ein vollerschöner Podcast, finde ich richtig, richtig gut. Aber kann der Typ da mal wieder aufhören, Jana zu unterbrechen? Das wäre so schön, wenn nur Jana redet. So, und da bin ich ehrlich gesagt auch mal ein bisschen angepisst. So, und darüber müssen wir heute reden. Und dass es so anstrengend wäre zu folgen. So 1 zu 0 für mich, sie ist mir gerade ins Wort gefallen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das alles gesehen und gehört bitte? Ganz, ganz wichtig. Nein, ich will meinen Satz zumindest noch eben zu Ende sprechen. Weil das war aber Schuld meiner Gedanken, dass ich dir nicht zu Ende gesprochen habe. Und uns ist aufgefallen, dass Selfie-Sandra ein ähnliches Oberteil trägt wie Jana. Und Lukas, nochmal, jetzt trage ich ja gerade eine Car-Hard-Cappy. Hashtag, kein Cent davon für Car-Hard. Er heißt Luca, er heißt Luca. Nur Sandra sagt, Lukas! Okay, Entschuldigung. Aber er heißt Luca. Okay, Luca. Und der looks a little bit like me. Also nicht, er sieht so aus, aber wir haben so die gleiche Verteilung. Ja. In Anführungsstrichen. Ich bin so die Laute und bin die, die auch gerne mal das Mikro falsch hält. Und bin diejenige, die sich über das Podcast-Equipment aufregt und so. Also ich finde... Ich will nur noch das Rülpsen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Du hast es gesagt. So, wir machen euch Konkurrenz da draußen. Nein, aber... Wenn euch das gefällt und ihr diese Folge jetzt schon länger guckt als alle anderen, dann bin ich hier ein bisschen am Arsch. Ja, jetzt kommt erstmal schnell das Intro und dann... Herzlich Willkommen! Ich wollte gerade jetzt... Halt doch mal den Bubble. Ich wollte gerade sagen, jetzt steht es 2 zu 1 für Jana, weil ich ihr gerade zweimal ins Wort gefallen bin. Jetzt steht es 2 zu 2. Wir machen einen kleinen Ins-Wort-Fall-Counter. Ich werde gewinnen. In diesem Sinne, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind so mit Selfie-Jana und Laser-Barto. Wer kennt sie nicht? In diesem Sinne, viel Spaß! Wir sind so. Der neue Podcast von... Jana Krämer. Und mir, Bartomee. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen. Hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist richtig zu kommunizieren. Wann ist ein Gedanke so viel wert, ihn direkt auszusprechen? Auch, wenn ich da bei meinem Gegenüber ins Wort falle. Und gibt es diese Situation überhaupt? Oder ist das respektlos? Gibt es Regeln? Oder ist das ganz individuell? Und wie ist das, wenn andere auch noch zuhören? Wie hier im Podcast. Fragen über Fragen, über die wir heute sprechen wollen. In unserer neuen Folge. Wir sind so. Lass mich ausreden. So, du gehörst einfach weiterreden. Hier wäre jetzt ein Schnitt gekommen. Jetzt kommt das Intro da rein. Und jetzt bin ich wieder da. Das passt eigentlich perfekt zur Folge. Jetzt bin ich wieder da. Ja, jetzt bin ich wieder da. Herzlich willkommen. Alle wollen sie. Hier ist sie. Ladies and Gentlemen. Trommelwirbel. Nein, ich möchte dazu was sagen. Weil das trifft mich sehr, wenn ich solche Nachrichten sehe. Und ich weiß, dass das aus verschiedensten psychologischen Richtungen, wenn man das beleuchtet, da hätte jetzt jede psychologische Fachrichtung eine andere Meinung zu. Aber alle Meinungen sind mir egal. Denn in diesem Moment denke ich, das stimmt nicht. Ich weiß, dass ihr das super lieb meint, wenn ihr mir das schreibt. Und ich weiß, dass ihr mir dadurch eigentlich nur sagen wollt, hey, ich finde das total wichtig. Ich möchte dem folgen, was du erzählst. Aber. Wenn ich da nicht unterbrechen würde, in genau dieser Atempausen könnte man dem gar nicht folgen. Richtig. Weil hier oben ist wir wahr. Nein, falsch. Nee, und es wäre auch einfach, ich würde reden, 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 reden. Und ich finde, dass ins Wort fallen, was ich auch sehr, sehr häufig tue. Und ich bin da nicht der Meinung, dass das bei Mädchen so niedlich ist, wie es viele geschrieben haben. Sagen sie das. Und bei Jungen wäre das halt dominant und macho. Und ich finde, das ist sehr, sehr ungerecht. Und ich bin diejenige, die tatsächlich dir sehr, sehr, sehr viel mehr ins Wort fällt. Und das einzige Problem ist vermutlich, dass ich das Problem habe, dass meine Gedanken nicht lange in meinem Kopf bleiben. Ich habe eine sehr, sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne und ich bin, wenn ich etwas denke und dann denke ich über tausend Umwege. Und wenn du dann etwas dazwischen sagst, was hundertprozentig zu dem passt, habe ich nicht das Vermögen oder das Talent mir, das zu merken, worauf ich hinaus wollte. Das ist dann beim Abendessen, wo ich gesagt habe, Jana ist dafür die einfache Sprache. Ja, und das stimmt. Und es war nicht mal böse gemeint. Nein, und das stimmt auch. Es ist ja im Endeffekt wirklich eine hohe Kunst, Emotionen und ganz, ganz viel Wissen und Inhalt und Leben super einfach zu vermitteln. Und das, finde ich, war dann gestern so gemeint als ein großes Kompliment, denn ein kleines Live-Update. Wir haben alle so gelacht, deswegen, da war es kein Kompliment, aber... Nee, das war ganz lustig, auch eine interessante Sache, dass die beiden Männer, da zähle ich mich jetzt mal zu am Tisch, ganz so mal weitergeredet haben und beide Frauen völlig hysterisch losgelacht haben. Wir haben uns weggeschrien. Ich weiß gar nicht, ob aus Verlegenheit und Fremdscham oder aus wirklich... Ja, ist ja lustig. Nein, es war eine Mischung aus allem. Wir haben uns angeguckt und es gab in dem Moment entweder, wir sind beide tierisch angepisst, dass du das gesagt hast. Also wir Frauen waren so, so dolljahreschüffert. So, und wir haben uns angeguckt und haben exakt dasselbe gedacht und haben beide gecheckt, ihr habt es überhaupt nicht gecheckt und dann sind bei uns beiden sofort, ich gehe davon aus, genau die gleichen Gedankengänge durchgegangen. Also warum ist es jetzt nur für uns so witzig? Krass, dass du es überhaupt nicht gemerkt hast, dass du es so gemeint hast. Warum nehmen wir es jetzt als Angriff, ihr aber gar nicht? Also es waren so viele Sachen gleichzeitig, wir haben uns einfach nur angeguckt und nur wir uns. Dann ist es nach Übersprungshandlung vielleicht sogar auch gelacht. Ja, genau. Und dann war es aber auch witzig, weil wir beide gelacht haben und ihr euch... Hä? Was stimmt nicht mit euch? Ja, wir haben es dann natürlich schon irgendwann gecheckt. Klar, weil wir dann... Aber auch eine interessante Sache, weil wir wollen ja in den nächsten Folgen, wie auch in dieser hier, über das Reden reden. Ja. Und da ist es auch eine spannende Sache, dass man so häufig davon ausgeht, dass man irgendwie, wenn jetzt jemand lacht, dass das irgendwie dann auslachend ist oder dass man die Situation nicht ernst nimmt. Und dabei ist Lachen ja sehr häufig einfach eine Übersprungshandlung, weil man mit der Emotion, die in dem Moment entstanden ist, nicht so richtig umgehen kann. Genau. Deswegen ist es, glaube ich, da schon super wichtig, wenn man mit Freunden redet oder Familie oder egal wem und man das Gefühl hat, hä, warum lacht denn der oder die jetzt? Auch mal, ja genau, mal hinterfragen. Mal kurz innehalten und sagen, nee, das geht vielleicht nicht gegen das, was ich gerade gesagt habe oder so, sondern vielleicht ist der persönlich auch emotional getatscht. Aber wenn man natürlich einen Witz erzählt hat, ist hoffe ich, dass es einfach nur lustig ist für dich, den du dann den Witz erzählst. Aber auch da hätte ich es gestern auch mal sehr spannend gefunden, schon ein bisschen weiter zu sein in dem Thema, wo wir nämlich mit Dirk gesprochen haben. Wir waren gestern in Berlin und haben ein wundertolles, wundertolles, schönes Gespräch mit Dirk Eilert gehabt, einer, wenn nicht der führende Experte in Mimik, Resonanz, das ist sogar seine Technik, die er entwickelt hat, über Körpersprache zu sprechen. Weil wir kommunizieren ja nicht nur in der Form, was aus dem Mund kommt, sondern auch mit welchem Tonfall wir das sagen, mit welcher Stimme, wie wir gestikulieren, was unsere Stirn so verrät, was die Stirn überhaupt mit seiner Geschichte zu tun hat und wie er dazu gekommen ist. Dazu dann später mehr, das werden wir in den nächsten Folgen gemeinsam mit ihm aufdröseln. Und da hätte ich mir gewünscht, da schon ein bisschen mehr zu lesen, ob das jetzt funny ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, weil bei mir völlige Irritation war. Und was ich schön finde an seinem Ansatz ist, und deswegen haben wir es genossen, mit ihm zu sprechen, dass es nicht darum geht, andere zu lesen und zu manipulieren, für die eigene Sachen, sondern darum geht, Brücken zu schlagen und sich zu verbinden. So, und genau das sehe ich, wenn wir uns gegenseitig unterbrechen, was wir beide immer und immer wieder tun, dann sehe ich das auch als Brücke schlagen zueinander, weil wir aufeinander Bezug nehmen, weil wir sagen, hey, da will ich mal kurz reingrätschen. Und es ist mit Sicherheit, und da bin ich voll bei euch, es ist absolut schwer, uns manchmal zu folgen. Und wenn ihr das als Kritik anbrennt und sagt, hey, das wäre mir voll wichtig, wenn das die Mehrheit von euch so empfindet, nehmen wir das ernst. Und dann würdeten wir uns sicherlich auch beide bemühen, da sensibler für zu sein. Haben wir schon mal gemacht. Haben wir schon mal gemacht. In unserem, in der quasi der ersten Auflage von diesem Podcast, der hieß ja noch ein bisschen anders, der schweigen ändert nichts. Also für alle, die neu dazugekommen sind, den findet man auch hier auf unserer YouTube-Page. Fangt bei Folge 1 an. Bei jedem Streaming-Dienst könnt ihr das auch finden, bis auf Apple, die fanden das nicht so gut damals. Die fandst du sind eben, ja. Genau, zu intensive Inhalte. Da haben wir, da habe ich das, weiß ich noch, habe ich das damals zu dir mal gesagt, ey, das nervt mich, dass du mir immer ins Wort fällst, dass ich es nie schaffe, einen Satz zu Ende zu sprechen. Das lag aber auch daran, dass unsere Gespräche früher noch mehr darum gingen, no offense, aber wahrscheinlich von deiner Seite aus mehr darum gingen, das Gespräch zu gewinnen. In der Argumentationsstrecke und in der Diskussion zu sagen, ich habe recht. Ja, meine Sicht auf die Dinge ist richtig und ich möchte dich davon überzeugen, dass am Ende des Gesprächs du sagst, Ja, liebe Jana. Und das auch so meinst. Recht. Und das du auch so meinst. Das war ganz wichtig, ganz wichtig. Genau, und ich habe gesagt, ey, ich finde das total nervig, weil ich nie einen Gedanken zu Ende bringen kann. Es geht doch hier nicht darum, dass wir, dass einer gewinnt am Ende, sondern dass wir uns. Du hast es mal ganz deutlich beschrieben. Du hast gesagt, wenn wir beide miteinander diskutieren, dann ist es, als würde ich mit einem Bulldozer all deine Argumente platt walzen und dabei laut schreien. Na, mit dem Lautschreien weiß ich nicht. Doch, weil ich immer lauter werde und einfach immer lauter werde, bis ich am Ende laut schreie. Ja, das gab es. Und das ist, das weiß ich gar nicht, würde ich dir sogar fast widersprechen. Du wirst eigentlich in den Argumentationen bei uns jetzt nicht lauter, weil du wirst intensiver. Ja, die Energie fährt hoch, aber du schreist jetzt nicht. Aber ich sage mal so, die Atempausen, die man bekommt, um vielleicht auf etwas zu reagieren oder zu antworten, werden immer weniger und es wird halt einfach Argument auf Argument geschichtet, bis man irgendwann sagt, ich sage mal von der Last der Argumente erdrückt wird und sagt, ey, weißt du was, dann gönn dir. Ich finde, dass, ich habe das damals, als du es gesagt hast, sehr ernst genommen und ich habe mich seitdem immer bemüht, aber es stimmt, es ist schwierig. Und ich finde auch, dass wir damals tatsächlich die Kritik bekommen haben, früher waren eure Gespräche interessanter, hitziger, intensiver, weil ihr für eure Meinung gekämpft habt und da war das dann richtig so, darf ich jetzt schon reden, ist der Satz jetzt wirklich zu Ende oder kommt jetzt noch was und kommt jetzt noch was und kommt jetzt noch was. Und inzwischen ist es, das Pendel war erst so, dann war das Pendel so und ich finde, inzwischen ist es so eine tolle Balance, dass es, mal fallen wir uns ins Wort, aber ich finde, und genau das will ich auch sagen, wenn es für euch wirklich super anstrengend ist, okay, aber für mich ist das einfach ein Gespräch unter Freunden hier. Wir quatschen, wir fallen uns ins Wort. Ja, der Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt machen, weil wir so viel um die Ohren haben eigentlich, Tag ein, Tag aus und uns immer seltener gesehen haben in unserem ganz normalen Alltagswahnsinn, dass wir gesagt haben, hey, stopp, 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 hier geht uns was verloren und wir müssen uns das jetzt einfach erkämpfen und dann, das akzeptiert aber keiner, wenn wir einfach so quatschen wollen. Oder zumindest sind die Zeiten dann, dass wir wirklich mal zu zweit jetzt hier in so einem Raum sitzen und Zeit haben für uns zu quatschen, ist super, super selten. Oft natürlich mit den Jungs im Bandbus und das ist auch cool, aber das sind natürlich andere Gespräche als die, wo wir dann mal wirklich fragen, hey, wie geht's dir eigentlich, was spukt uns im Kopf rum, was wollen wir eigentlich auch mitgeben? Es muss ja auch jetzt nicht immer irgendwas Tragisches sein, sondern auch, hey, wie können wir unser Leben eigentlich besser machen, weil es geht uns genauso. Es gibt Zeiten, wo wir schwieriger miteinander sprechen konnten, weil wir super viel auch super persönlich genommen haben. Wie süß, dass du wir sagst, voll lieb. Ich hab sehr viel persönlich genommen. Du warst nie so. Vielleicht war ich schon so, aber ich hab's dann mit mir selbst dann ausgemacht oder hab dann gesagt, also so im Endeffekt. Schweigen ändert nichts, weißt du? Ja, das stimmt, aber man sollte schon auch sensibel für den Gegenüber sein und wenn der nun mal in einer Phase ist oder noch in einem, ich hätte jetzt fast Mindset gesagt, das klingt immer so. Nimmeloch in einem dunklen Kaninchenbaum. In so einem Blickwinkel, wo der eher auf einen selbst geleuchtet ist und auf die Probleme, dann ist es schwierig, wenn man sagt so, hey, stopp mal, hier komm ich. Und zumindest, man darf das nicht vergessen, auf gar keinen Fall. Das ist sehr wichtig und da hab ich das vielleicht auch nicht immer richtig gemacht. Wir machen ja alle nicht immer alles richtig. Aber es hat sich damals so angefühlt, dass ich dann eher gesagt hab, ja okay, irgendwie das find ich jetzt nicht so cool oder das hat mich voll abgefuckt und so, aber bringt jetzt nichts. Ich bin froh, dass irgendwie der Haussegen wieder gerade hängt. Dann schlock ich's runter. Ich check das mal für mich und ist vielleicht nicht immer cool. Wir hatten heute auch ein Gespräch mit Kai von Krisenchat, der auch sagt, dass gerade Männer und Jungs das Problem haben, sich zu öffnen, weil sie dieses Gefühl haben, ey, ich schaff das schon irgendwie selber und hey, ich komm da selber raus und ah, bevor ich jetzt meine Gefühle oder über meine Gefühle rede, brauche ich viel mehr Vertrauen zu einer Person. Gut, das hatten wir jetzt, ne? Aber ähm… Nein, dieses alleine rauskommen, du willst die Dinge alleine machen. Ja, und es ging ja schon eine ganz lange Zeit in unserer Freundschaft auch viel um deine damalige Sucht, ums Binge-Eating und dementsprechend halt auch ziemlich viel um dich. Ja, und es war ja auch schwierig dann. Und meine Beziehung natürlich zu dir in Freundschaftlich und wie ich dir helfen kann und so, aber ähm… Am Ende des Tages war mein Verhalten sehr häufig eine Reaktion auf dein Verhalten. Mhm. Wie… Und das war nun mal so, wie kriegen wir diesen Tag möglichst entspannt über die Bühne? Ja. Ohne große Zwischenfälle. Ja. Und es klingt jetzt so düster, aber vielleicht war es das auch. Ich weiß es nicht. Also für mich war es das sehr. Ja, und wir hatten auch viel Spaß und viele schöne Momente, aber es war, ja doch, vielleicht war es wirklich so, die Grundstimmung war so… Hoffentlich geht das gut. Genau, war so ein Nehmen davon, dass du den Tag gut überstehst, dass da vielleicht auch tatsächlich ich das Gefühl hatte, dass da kein Platz für mich dann da gerade ist, wenn es mal mir nicht gut ging. Aber man muss ja auch sagen, dass es, ähm, dass ich ja leider, ich sag immer so gerne, der, derjenige, der dafür, der Priester, der von seiner, von seiner, seine Predigt hält, kennt sich damit nur so gut aus. Und jetzt spreche ich auf, äh, den Song, den ich dir geschrieben habe und vergleiche ich an, weil er sich selber eben mit diesem, äh, Problem, was er da predigt, besingt, in diesem Falle, hier, the preacher man, ähm, 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 halt so sehr auseinandersetzt. Ne, und da bin ich schon, ich bin, hab mich, ich vergleiche mich leider Gottes viel zu häufig und viel zu sehr. Ich bin auf einem, ich bin auf dem Weg der Besserung, aber, ähm, und, und, äh, da auch sehr stolz auf mich, aber zu dem Zeitpunkt damals war es schon so, dass ich gesagt habe, ey, im Vergleich zu dem, was du an Aufgaben hast, was dich bewegt, was du für Stress hast und so, ne, ich hab keinen Stress. Und genau das ist es, glaube ich auch, was damals in unserer Freundschaft so unglaublich schwierig war, weil du, ich hab mich in diesem Moment wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, nackt gemacht, hab dir alle meine Gedanken, alles, was ich bin, vor die Füße gelegt, hab gesagt, hier bin ich. Und du warst aber für mich der strahlende Held, so hast du dich auch gezeigt und hast irgendwann ja auch so diese Maske getragen des strahlenden Ritters, des Retters und da war dann. Und ich hab dich auch zu, dass mir das, äh, durchaus gefallen hat. Und ich hab dich idealisiert und ich hab dich dann ab dem Moment halt auch, ja, so sehen wollen und du hast, du warst immer so der, der starke, der, du warst der starke Typ an meiner Seite, also, da konnte mir nichts passieren, aber. Hallo, was heißt hier, war? Nein, 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 natürlich, aber du weißt, was ich meine und deswegen war da auch, ich finde, in der Zeit war die Kommunikation bei uns auch wirklich sehr einseitig zielgerichtet. Es war klar, ich bin das Problem. Klar, es ist das Harte. Das würde ich anders sagen, ich würde sagen, du hast das Problem. Ja, aber in meinen Augen, ich war das Problem und du warst die Lösung. Ja. Ja, und das finde ich, seitdem das weg ist, sind wir viel mehr auf Augenhöhe. Ich war das Opfer und du warst der Retter und jetzt sind wir. Und wir haben uns auch gefallen in den Rollen. Ja, klar. Ich wollte ja auch gar nicht gesund werden dann lang, weil mir das so gut getan hat, weil dir, dir hat's gut getan, mir gut zu tun. Ja, aber das, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil das, äh, also es ist schon, ja, einfach wie, wie auch da in so einer, äh, Sache einfach einen, wie, ich nenne es jetzt mal wie in jeder Sucht, äh, die Dosis muss immer höher und immer höher und gerade, wenn man das dann so eine Abhängigkeit da auch hat, was natürlich auch uns eng zusammengeschweißt hat, ähm, aber dann da ganz am Ende dieser Phase der, wo ich sagen würde, Abhängigkeit, ähm, auch glaube ich, keinem von uns beiden mehr gut getan hat. Und das war auch eine Zeit, wo, wo wir, äh, wo es ziemlich schwer war, befreundet zu sein. Voll, ja. Und das, und diese, und wir reden jetzt nicht von drei Wochen, sondern das war, würde ich schon sagen, mal ein solides Ja, oder so. Mhm, aber wir haben nicht aufgehört zu sprechen, ähm, ja. Wir haben nicht aufgegeben, daran zu arbeiten und egal, wie sehr wir uns in dieser Zeit auch gefetzt haben, wir sind immer mit dem rausgegangen, hey, das, was wir haben, ist mir total wichtig, ich will das nicht verlieren. Wir haben uns Luft gelassen, wir haben uns mal sehr verloren, wir haben uns mal sehr wiedergefunden, aber wir haben uns nie aus den Augen verloren und immer im Blick auf was da war. Und ich glaube, dieses, dieses Verlieren und, und, und Finden ist dann ja auch wieder sehr subjektiv. Du hast, dann gab es Zeiten, wo du das Gefühl hattest, wir hatten uns sehr verloren, weil du dir was anderes gewünscht hättest von der Freundschaft in der Zeit, ja, viel mehr Intensität oder viel mehr Präsenz von mir und ich war in dem Moment aber so bei mir, was du ja dann auch nicht kanntest, ähm, wo es dann auch, äh, ja, ungewohnt war, weil ich dann irgendwie, natürlich kommt das auch egoistisch rüber, so, ne, dann irgendwie zu sagen. Ja, weil das halt auch in dem Moment jetzt auch so viele dann gespiegelt haben und das ist, glaube ich, auch das Ding. Da wir immer in der Öffentlichkeit sind, hat immer jemand eine Meinung zu dem, wie wir sind und teilt es dann besonders auch mir mit. Und dann kam von ganz viel, ja, na klar, wenn, ja, stimmt, das habe ich schon wieder verdrängt, die Zeit, äh, gerade geht der Counter mit ins Wort fallen, ganz klar bei mir in die Höhe, bing, bing. Ne, aber, ähm, dieses, diese, diese Zeit stimmt da, wo, 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 wo ich das Gefühl hatte, ich müsste mich rechtfertigen für ein Verhalten, was andere auf mich projiziert haben und dir dann quasi sozusagen eingeführt haben. Ja, er hat dir nur eine Rolle vorgespielt und, äh, voll affig, wie er sich jetzt verändert und wie, wie ich das noch überhaupt mitmachen kann und wo ich so sage, hey, wir haben uns beide verändert, wir sind beide anders geworden und wir sind beide sehr, sehr glücklich, dass wir, wir sind immer noch wir und wir sind, finde ich, jetzt näher, oder zumindest ehrlich näher, als wir es je waren. Und ich finde das voll schön, dass wir uns ins Wort fallen, ohne, dass der andere aus dem Gespräch rausgeht und sich nicht gehört fühlt, weil ich glaube, das ist das Ding, dass das viele haben, wenn sie mit Freunden unterwegs sind oder mit einer, sagen wir mal, zwei, auch zwei Personen, wenn die unterwegs sind und eine redet die ganze Zeit, dass dann irgendwann die andere Person sagt, ich weiß nicht, zu sagen, aber ist eigentlich gar nicht wichtig, ich bin überhaupt, also. Ja, kommt, kann man ja, muss man ja, muss man schon auch sensibel sein, weil es gibt natürlich auch Momente, wo es dann eben um die eine oder die andere in einer Freundschaft geht oder den anderen, ähm, aber, äh, das sollte halt ausgeglichen sein und generell, wenn man irgendwie schnackt oder diskutiert, finde ich persönlich gehört halt eben dieses ins Wort fallen auch dazu. Und vielleicht fällt es uns auch gar nicht so auf, weil wir so eingespielt sind und weil das für uns auch total cool ist, miteinander so zu reden. Und, ähm, ganz ehrlich, ich, ich finde, wem das jetzt irgendwie viel zu stressig ist, der, du, es ist nicht so, als wären wir der einzige Podcast auf dieser Welt. Wir freuen uns natürlich über jeden, über jede, die bleibt, die kommt, die das, die uns weiterträgt, aber ich möchte mich, wenn ich ehrlich bin, nicht verstellen. Nee, genau, ich würde mich auch nicht verstellen. Ich habe keinen Bock, äh, für irgendwelche Klicks oder irgendeinen Kram jetzt zu denken, so, okay, wir scripten das jetzt besser oder whatever. Ja, und dann so nachzudenken plötzlich, äh, wie muss ich mich jetzt verhalten damit, also wir sind so und wir sind sehr, sehr happy mit dem, wie wir sind, dass wir uns mal ins Wort fallen, das macht der eine mal drei Wochen lang mehr als der andere und danach ist auch wieder gut. Ich glaube, wir gleichen uns schon ganz so aus und wenn es wirklich uns ernst ist und wenn wir das Gefühl haben, halt, stopp, dann sagen wir das auch und dann ist Ruhe. Ich finde, das ist dann immer so, dann weiß der andere, okay, jetzt ist einmal ganz kurz, jetzt ist mal ernst. Und das finde ich, das machen wir wirklich sehr gut. Findest du nicht, dass wir oft ernst sprechen? Nee, aber dass, ähm, dass jetzt auch der Rede, dass jetzt dieser Satz, dass das jetzt einmal komplett wirklich auch voller Aufmerksamkeit verdient hat und dass das der Person gerade ganz wichtig ist, dass die andere Person, obwohl wir uns in- und auswendig kennen, diesen Gedanken jetzt mal nicht selber zu Ende denkt, sondern dass die Person vielleicht gerade anders fühlt, als sie es auch selber erwartet hat und das jetzt einmal ganz kurz klarstellen will, wie es gemeint ist. Ja, und auch ganz klar sagt so, ey, hier brauche ich mal zwei Minuten oder irgendwie, ey, da weiß ich jetzt gerade auch nicht, was ich dazu sagen soll, muss ich erst drüber nachdenken oder so. Das ist ja auch, äh, klingt vielleicht so einfach und so normal, aber habe ich das Gefühl, dass das selten in Anspruch genommen wird in Gesprächen, auch bei, äh, unter Freunden, wo dann wirklich gesagt wird, ey, sei mir nicht böse, aber da fühle ich mich gerade überfordert mit. Also, ähm, hätte ich in vielen Momenten vielleicht auch machen sollen, alles braucht aber seine Zeit und ich finde, dass das, äh, dass man einfach liebevoll mit sich umgehen sollte, mit sich selber und auch mit den, mit den Freunden und eben, äh, wir alle haben unsere Ecken und Kanten. Und deswegen habe ich mich gerade eben auch so ein bisschen schwergetan mit dem Satz, wo du sagst, ey, wir verstehen uns jetzt besser denn je. Ach, ich weiß nicht, wir sind halt anders und verstehen uns immer noch richtig gut. Aber jetzt sind wir hundert Prozent, wir selbst, wir verstellen uns nicht mehr, wir haben nicht mehr ein Ideal von dem anderen, so dieses, ich hätte dich gerne so, du hättest mich gerne so, du würdest dir wünschen, ich wäre ein bisschen so. Das stimmt. Wir sind, wie wir sind und wir sitzen hier. Ja, ja, so, wir sind, wir sind auf jeden Fall gerade, würde ich schon sagen, die ehrlichste Version von uns, die wir waren. Genau, ja, ja. Und das auch, weil wir uns auch ins Wort gefallen sind und auch mal unbequeme Sachen angesprochen haben und auch mal, ja, dieses, dieses Agree to Disagree, also das, das haben wir tatsächlich erst in den letzten zwei, drei Jahren wirklich angefangen zu kultivieren, dass es auch okay ist. Also, dass man es annimmt, dass man unterschiedliche Meinungen hat und dass es am Ende auch okay ist. Genau, dass man nicht immer, dass man nicht immer jemanden unterbrechen muss oder überzeugen muss, besser gesagt, von der eigenen Meinung, dass am Ende einer rausgeht und sagt so, ja, siehste, hab ich dir doch gesagt, sondern dass man einfach sagt, okay, da bin ich jetzt anderer Meinung, kannst du so machen, würde ich nicht so machen, ja, aber, ey, ich unterstütze dich trotzdem, wenn das dein Wunsch ist. Ja, 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 genau, genau. Kriegen wir schon hin. Genau, richtig. Und, und, klar, gibt's auch Fragen, wo man sagt, aber das sind meistens eher beruflicher und firmenausrichtungstechnischer Sache, wo man dann sagt so, ey, nee, da ist jetzt nix mit Agree to Disagree. Das müssen wir jetzt mal richtig ausfechten. Das müssen wir auch mal ausfechten. Ja, das müssen wir jetzt so machen, nee, die machen doch immer so, so machen die immer. Ach, echt? Das hab ich noch nicht so. Hab ich heute, hab ich heute aus dem Augenwinkel beim Autofahren natürlich gesehen. Okay, ja, hab ich leider noch. Achte ich jetzt mal drauf. Okay, Grüße gehen raus, kleine Shoutout an die beiden. Ja, genau. Sehr inspirierend für unsere Folge heute, auf jeden Fall. Mich würde einfach interessieren, wie ist das eigentlich bei euch in Gesprächen irgendwie? Mit den Besten, also jetzt nicht natürlich, wenn ihr im Geschäftsgespräch seid, nicht wenn ihr... Nee, aber in der Clique auch, muss jetzt nicht mit den Besten sein oder was auch immer, sondern einfach in der Clique, bei euch in der Schule oder auf der Arbeit irgendwie, am Kaffeeautomat. Ist das dann so, dass man wirklich sagt so, ey, bevor ich jetzt irgendwie hier vorpresche oder so, bin ich lieber leise? Oder seid ihr eher so, nö, also für mich gehört das dazu, ich bin outgoing und sonst was. Frei raus. Vielleicht ist das ja auch eine Charakterfrage. Ich weiß es gar nicht. Das ist auch ein bisschen so von den Orten abhängig. Es gibt ja auch so, es gibt so Orte, wo die Menschen total wenig, so im Norden, da ist mit einem Moin alles gesagt. Oh, da wäre ich vorsichtig. Vorsichtig. Ich finde, im Norden sind die Menschen tatsächlich wirklich... Findest du nicht? Nee, überhaupt nicht. Dann kenne ich vielleicht zu wenig Nordlichter, aber wir waren immer auf Langeoog. Grüße. Und da ist mit einem Moin alles gesagt. Das mag vielleicht sein für den oder die ein oder andere, aber ich habe... die Menschen aus dem Norden als sehr kommunikativ und liebevoll kennengelernt. Ja, natürlich liebevoll, absolut. Und ja, ich finde jetzt schon, damit Moin alles gesagt ist, schon so ein bisschen, habe ich so einen Seebär, so einen schroffen Typ. Ja, das war tatsächlich auch einer, aber auch so die Antje und Dirk, also die sind dann auch eher so die ruhigeren gewesen, aber natürlich voll liebevoll. Ja, aber ja, weiß ich gar nicht. Also mit ins Wort fallen, finde ich, das ist voll so ein Ruhepot-Ding. Ich kann das von meinen Mädels und wenn wir eher so in Niedersachsen unterwegs sind und uns mit denen getroffen haben, die haben, die waren anders. Also mit meinen Mädels, wir sind alle so tratstanden. Ja, mit mir auch mal interessant. Wo kommt ihr her? Und wie ist das? Wie ist das so bei euch? Die Quote. Ich finde, das haben wir ganz gut gemacht. Ich bin jetzt mal auf den Counter gespannt, wenn ich mir jetzt gleich die Folge hier angucke. Oh Gott, da zählst du doch nicht wirklich mit, da weiß ich doch, dass ich verliere. Wollen wir noch hier wetten, wer mehr hat? Ich würde sagen, ich. Ich unterbreche dich viel öfter als du mich. Okay, ich würde tatsächlich sagen, ich habe heute mehr Unterbrechen. In dem Moment, wo der andere nur zu lange Luft holt oder jetzt so wie gerade, dass du schon den Mund aufgemacht hast und ihn wieder schließen musst. Wo ich eigentlich noch rede. Ja, genau. Also meins war jetzt gerade schön. Ausklingen lassen. Ausklingen lassen. Und wo du mir über den Mund gefahren bist, das ist auf jeden Fall ein Bock für dich. Vielleicht gewinne ich dann doch noch. Naja, ihr wisst es jetzt inzwischen, wir gucken uns jetzt die Folge an. Ich fand es sehr, sehr schön. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Klatschi bumm. In diesem Sinne. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder, dann mit Dirk Eiler zusammen. Oh ja. Und genau, ganz viel. Mal gucken, ob wir den unterbrechen. Ja, das ist auch interessant. Voll spannend. Er fand es sehr schön mit uns, hat er zumindest gesagt. Können wir im Video jetzt gleich dann mal analysieren. In zwei Wochen. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, schöne zwei Wochen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, folgt uns, ihr wisst wie das läuft. Und fühlt euch gedrückt. Habt euch lieb. Tschüss. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.